So, jetzt müssen wir mal heilen. Die Iris, die ist ja gleich drauf. Boah, ey. Alter Schwede. Schnell! Und noch heilender Wind hinterher für alle. Ich heil dich, Blumenmädchen. Danke, Hund. Und ich heil uns jetzt auch. Juhu. Okay. Clown geht nicht. Angreifen kann wohl nur Barret. Eigentlich, also so Standardangriff, aber der hat einen Blitz. Und Blitz ist gut gegen den, also greift er auch nicht standardmäßig an. Ja, dann müssen wir mit Zaubern auskommen. Gucken, Feuer zieht 67 ab und Eis. Eis. Ja, ja, kommt, Zusatzartillerie, ich hab's verstanden. Und Eis. Ja, genauso viel eigentlich. Plus, minus, ein bisschen. Okay, Blitz ist das Mittel der Wahl für diesen Kampf. Tja, oh, guck mal. Der bricht schon zusammen. Mayday, Mayday. Er ist da. Äh, ja, Gewehrarm kaputt. Beziehungsweise beide. Aber Hauptartillerie kann er noch immer. Auf alle sogar. Verdammt, oh, wir haben Limit. Zeit und Feuerball, Schätzchen. So, und Heilung wieder für Iris. Die geht schon wieder drauf. Friss das. Bam. Hauptartillerie an Golfbill. Mist, jawohl, der Hund ist ausgewichen. Wenigstens einer, der es drauf hat. So, ich bin am Blitz und... Ich heil euch mal wieder. So langsam wird's langweilig. Ich mach immer nur das Gleiche hier. Ich bin wohl das Mädchen für alles, hä? Halt den Mund. Blitz. Oh, Hauptartillerie. Naja. Feuer. Eis und Blitz. Und jetzt müsste der eine schon langsam drauf gehen hier. Na? Oh. Er sackt schon wieder ein bisschen zusammen. Ja, noch hat er nicht genug. Notfallmodus aktivieren. Na, damit er sowas hat. Sensorkanone wird geladen. Äh. Äh. Oder auch nicht. Er steht ja nur geladen. Ich glaub, der muss jetzt ganz schnell kaputt gehen, weil... Ich hab so die Befürchtung, die Sensorkanone haut richtig rein und macht uns fertig. Oh. Sensorkanone ist geladen. Verdammt. Oh oh. Ich glaub, jetzt stirbt hier jemand. Können wir wegrennen? Nur Zauber. Der Kampf ist ein bisschen einseitig. Komm schon, jetzt stirb hier. Ja. Wir haben die Sensorkanone nicht erlebt. Zum Glück, möchte ich sagen. Tchuuu. Oh ne, da kommt doch jetzt nicht noch was, oder? Alter, das Kopfding. Hat überlebt. Oder ein Teil irgendwie. A, B, Kanone. Bam, bam. Oh, 103. Gibt ein Limit. Fress das. Okay, ich hoffe mal, der hat jetzt nicht 1600 Leben, wie der Rest auch. A, B, Kanone. Bam. Aua, voll ins Gesicht. Äh, Feuer. Oh, 73. Zieht mehr, viel gerade. Und, reißzahlen. Geht das Tier? Das Limit? Schusslinie. Oh, der dreht sich um und... Alter. Wieso pennt die denn? Die werden abgeballert und pennt. Bam. Okay, die muss aufwachen und die muss geheilt werden, vor allem. A, B, Kanone. Bitte nicht auf Iris. Bitte nicht. Huh. Der Hund hat sich dazwischen... Ach, der pennt jetzt auch. Alter. Die pennt hier alle. Tch. Tch. Toll, kaputt. Ah, ja, hier. Hm. Gute Entscheidung. Ja, der... Boah, der hat volle Leben. Brauchst dich nicht ein, Nüdiot. Feuerball. Er wird hier langsam eng, ne? Also, bam. Geh kaputt. Beziehungsweise, nee, noch nicht. Erst muss Iris leben, damit die Erfahrung kriegt. Hier, Objekt. Phoenixfeder. Da. So, jetzt hier Blitz und jetzt da versterben. Bitte stirb. Bitte. Bitte. Verdammt. Wir gehen hier drauf. Oh mein Gott, der dreht sich. Ist er bekloppt? Ist er kaputt? Ich will wieder in der Körperschlag. Alter, der zieht ja immer mehr ab hier. So, die hat schon mal volle Leben. Ja. Oh, 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 oh. Ei, ei, ei. Es wird wieder Zeit für meinen Reißzahn. Und das funktioniert. Feuer. Bam. Und, oh, Gott sei Dank. Das war jetzt schon mal der erste Bosskampf, wo ein bisschen abging, ja? Also, der erste wahre Bosskampf war das. 250, jawohl, für alle. Vitrilarmband, ja, wir haben schon besser, wir haben schon Carbon. Ah ja, die Blondschöpfe. Öffnet das Menü. Und die Materia, jawohl, genau. Mit wechseln, stand da irgendwas? Hä? Tja, ja. Mit wechseln. Müssen wir wechseln? Normal. Öffnen das Menü. Materia, meine. Mit wechseln austauschen. Innerhalb der Truppe. Start, beenden. Hä, wechseln? Der hat ja nur Gift. Alter Schwede. Hier ist kein wechseln. Check ich nicht. Was sie von mir wollen. Hm. Start, beenden. Öffne das Menü mit Menü. Ja, ja. Materia, die Truppe mit wechseln austauschen. Mit Start, beenden. Hallo? Ja, in der Truppe ist aber nur einer. Mit wechseln. Was für ein Knopf ist denn wechseln? Gibt es überhaupt den Knopf wechseln? Der macht nix. Ah, jetzt. Jetzt auf einmal sind hier alle. Tja, komisch. Okay. Gift. Alle. Ja, machen wir. Äh, Heilung auf jeden Fall auch. Und, boah. Gewitter, Raub, ja, hier Feindeskönnen vielleicht, keine Ahnung. Und ansonsten noch, hm, die Analyse. Obwohl, nee, ist ein scheißegal, wen ich ein Leben hat. Falls Gift nicht so gut ist, nehmen wir einfach mal Gewitter mit, oder? Oder in der Hitze, komm. So, fertig, bumm, und jetzt geht's los. Start. So. Warum willst du mit mir kämpfen? Du suchst das verheißene Land und Sephiroth. Richtig. Wusstest du, dass Sephiroth vom alten Volk ist? Es ist viel passiert. Ich kann das verheißene Land weder dir noch Sephiroth überlassen. Verstehe. Das heißt wohl, dass wir keine Freunde werden. Oh, ja. Ja, der Schnöse will aufs Maul. Wir haben die noch nie Bluten gesehen. Oh, der hat einen Hund dabei. War ja klar, der hat ja nicht alleine auftaucht. Tja. Der lacht schon wieder. Tja, Zeit für ein bisschen Bio. Ist das denn Barriere? Die Köter. Oh, ey. Okay. Was macht denn die Barriere? Reflektiert hier die Zauber auf uns zurück? Ich hoffe mal nicht. Den kann man nicht helfen. Blitz. Oh. Tja. Hauen wir erstmal den Köter kaputt. Ah, ja. Der war zu lange irgendwie im Keller eingesperrt oder so. Stirb, du Hund. Erstmal den Köter hier platt machen. Ja, langsam ist gut hier mit deinem Gelache. Gleich lachst du nicht mehr. So. Du willst also aufs Maul? Erstmal deinen Köter hier. Ja, quer hier. Jawohl. Der ist schon mal weg. Lachst du jetzt nur immer? Hä? Schrotflinte. Oh, jetzt lacht er nicht mehr. So. Bio hat es irgendwann mit 80, glaube ich, abgezogen. Und Feuer ist... Oh, 92 gut. Das war schön warm. Mach das bitte nochmal. Okay, hier. Ja, hier. Kannst du nochmal haben. Bam. Tja. Oh, das war schon wieder so schön warm. Bitte nochmal. Okay. Kannst du haben. Den Gegner mag ich. Der macht ja nix. Oh, das war jetzt wohl zu warm. Jetzt hat er sich gewehrt. Hey, das war 5 Grad zu warm. Mach mal. Mach mal langsamer da, ey. Okay, hier. Ein bisschen. Ein paar Grad weniger hier. Und? Nein. Das war noch immer zu warm. Du Drecksack. Willst du mich verbrennen? Gold, richtig. Hier. Nimm das. Warum steht deine 70 an der Wand? Das wär's für heute. Na, jetzt hat er genug. Okay, kannst wegfliegen. Na, feige Sau. Sag ich da nur. Aber 300 HP für so einen kurzen Kampf. Und Schutzweste, Abwehrkapsel. Mhm. Gucken wir direkt mal weiter. Schutzweste, Vitalität, Bussien. Erhöht Vitalitätswerte. Erhöht Vitalitätswerte. Aber dauerhaft. Gucken wir mal. 488. Huh. Hat sich überhaupt nicht verändert. Den wir uns schenken können, ey. Boah. Also Vitalität ist doch Leben, oder? Zumindest so bei... Eigentlich schon, ne? Wo komm ich denn hier runter? Ah. Bin ich blind? Bin ich blind? Bin ich hier? Achso. Hier geht's her. Schätze ich mal. Ah ja. Gold. Richtig. Ja, ja. Er hat noch sein Schwert da drin stecken. Und... Ah, zum Aufzug geht's. Hier entlang. Oder? Ne. Erstmal speichern. Haben wir schon lange nicht mehr. Ich glaub, den Aufzug kann ich nicht benutzen, oder? Der wird ja irgendwie kaputt gemacht. Ach, Tifa steht da noch. Hab ich ganz vergessen. Wo ist Rufus? Er ist entkommen. Könnte Ärger heißen. Naja. Ah ne. Der Aufzug... Hat bis... Nach unten funktioniert. Und schnell weg hier. Ich geh vorrang. Ja, verpisst euch. Ich ball euch weg, so. Luft ist rein. Oder auch nicht. Äh, verdammt umzingelt, wie? Wenn ich allein wäre, würde ich mir nichts draus machen. Aber so hab ich ja einen Ruf zu verlieren. Leute. Bitte verschwindet, solange es noch geht. Sie sieht nicht hinter dir her, sondern hinter mir. Ja. Aber so weit kommt es nicht. Du bist wegen Marlene hier hineingeraten. Jetzt ist es an mir, auf dich aufzupassen. Okay. Schluss mit den Affenzirkus, ihr Spinner. Danke, Mr. Barrett, Mr. Was heißt denn hier Mr. Barrett? Das klingt nicht richtig. Also. Wenn die Unterhaltung jetzt beendet ist, dürfte ich vorschlagen, zu überlegen, wie wir hier wieder rauskommen. Ja, ich spreche so gehoben, weil ich fünf Jahre studiert habe an der Hundeakademie in Wuyufangpuh und auch immer. Oh, natürlich. Du bist ja die Kältin Person. Genau wie jemand anderes hier, den ich kenne. Hast du was gesagt? Ich dachte, Hunde haben gute Ohren. Aber nein. Also. Was machen wir? Barrett. Oh, da kommt Tiffa. Und Cloud müsste eigentlich auch da sein. Tiffa, wo ist Cloud? Alle hierher. Hat Cloud einen Plan? Was ist los? Wo ist Cloud? Ich frag mich nochmal. Wer kommt noch? Los, schnell, macht schon. Oh, coole Cinematic. Voll High-Tech, ey. Boah. Oh, Moppet. Ja, ich glaub, das sind wir. Yeah, der Biker klaut. Boah. Der ist ja mal ein Mobil. Ja, er hat Style. Gefällt mir. Da steht Schindler auf dem Schild. Das klauen wir einfach mal. Die moderne Karre. Komm mit, du Flo verseuchtes Vieh. So. Ein bisschen Biker-Action hier. Hier kommt Avalanche, die Gang. Wir sind motorisiert. Okay, alle bereit? Mir nach. Yeah, oh, auf den Highway. Brumm. Gefällt mir. 50 dürfen wir noch fahren? Scheißegal, ey. Tja. Steuere das Motorrad mit den Pfeiltasten und rette deine Freunde im Lastwagen von den Shinra. Wechsel. Angriff auf die Seite. Okay, Angriff auf die Seite. Abbruch kopieren. Was auch immer kopieren ist. Achso, ja, komm, das war egal. Tja, ey. Okay, okay. Ja, yeah. Boah, die Steuerung ist aber ziemlich hier schwammig. Tja. Okay, dann ist die Lebensanzeigen und... Stirb. Stirb. Oh nein. Stirb. Stirb. Jawohl. Keiner legt sich mit. Klaut den Biker an. Ja. Ich bin doch auf die Fresse. Stirb. Stirb. Yeah. Komm her. Komm her. Oh. Ich bin richtig gut. Ist ja, ist ja überraschend, dass ich das hier so, so einfach hinkriege. Oh. Ja. Oh, ja, ja. Verschwinde da. Verdammt. Der Hund hat was abbekommen. Hilfe. Klaut. Er tut mir weh. Meine Flöhe fliehen schon vor lauter Angst. Tu was. Ich will sie doch nicht verlieren. Ich weiß, ich reg mich immer über die Flöhe auf, aber sie sind doch ein Teil von mir. Verschwinde. Jawohl. Warum kann der David nicht da ein bisschen mit rumballern oder sitzt der am Steuer? Nee, die Tiffa, ne? Der Welt sitzt da hinten drin. Ja, tut mir leid, Cloud. Ich hab grad Ladehemmung. Natürlich. Cloud, beeil dich. Wir ziehen es gleich alle. Verdammt.